Die Belagerung von Maastricht fand im Rahmen des Holländischen Krieges vom 13. bis zum 26. Juni 1673 statt. Gegen eine niederländisch-spanische Besatzung kämpften die Franzosen. Geführt wurden die Belagerer von König Ludwig XIV. Persönlich die eigentliche Belagerung aber leitete Sebastian Le Presto R.D.V. Bahn. Dieser setzte dabei erstmals neuartige Techniken des Belagerungskrieges ein. Die Stadt kapitulierte schließlich Vorgeschichte. Ludwig XIV. hatte 1672 die Niederlande angegriffen und mithilfe seiner Verbündeten wie dem Bischof von Münster Christoph Bernhard von Galen und dem Erzbischof von Köln Maximilian Heinrich von Bayern große militärische Erfolge errungen. Da die niederländische Armee den Franzosen nicht gewachsen war, vermied sie größere Schlachten. Die meisten Truppen waren in den Festungen wie Maastricht und anderen konzentriert. Die für die Franzosen ohne lange Belagerung nicht annehmbar waren. Die Invasion wurde zudem erheblich durch die Öffnung der Schleusen und der Überflutung von Teilen des Landes aufgehalten. In den Niederlanden war währenddessen die republikanische Regierung unter Johann Dewey zusammengebrochen. Wilhelm III. von Oranien, der so an die Macht gekommen war, bedrohte im Dezember des Jahres von Maastricht aus die französischen Nachschublinien. Für das folgende Kriegsjahr plante Ludwig XIV. die Stadt Maastricht als eine Schlüsselfestung einzunehmen. Zur Deckung vor den Spaniern wurden 30.000 Mann unter Henri de la Tour d'Auvernier. Wie kommte die Tourrennen nach Flandern geschickt? In ähnlicher Weise sollten 30.000 Mann unter Louis II. De Bourbon Prince de Conde gefahren aus dem deutschen Raum abwehren. Ludwig XIV. selbst führte eine Armee von 48.000 Mann in Richtung Maastricht. Maastrichts Befestigungswerke waren seit dem 16. Jahrhundert stets ausgebaut worden. Es gab fünf Hornwerke, breite Gräben die geflutet werden konnten und zahlreiche Außenwerke. Die Besatzung bestand aus etwa 6.000 niederländischen und spanischen Soldaten. Verlauf Die französischen Truppen erreichten Maastricht am 11. Juni und zwangen 7.000 Bauern zum Bau der Belagerungsanlagen. Der eigentliche Organisator der Belagerung war V-Bahn, ein erfahrener Festungsbaumeister. Maastricht war jedoch die erste größere Stadt, die er belagerte. Er ließ zunächst Circle-Malations- und Contra-Valation-Linien um die Stadt herumbauen. Diese Arbeiten waren am 14. Juni beendet. Danach ließ er Laufgräben parallel zu den Bereichen der Festungswerke anlegen, die er angreifen wollte. V-Bahn entschied sich für den Angriff auf ein Hornwerk im Südwesten der Verteidigungsanlagen. Die Geschütze wurden in Stellung gebracht und am 18. Juni begann der Beschuss. Daraufhin ließ er Laufgräben zickzackartig weiter in Richtung Befestigungen graben. Diese Form der Gräben erschwerte es den Belagerten, die Gegner zu treffen, wenn sie sich zwischen den Parallelen bewegten. Näher an den Befestigungswerken wurden eine weitere Parallele angelegt. Von dort aus konnten die Geschütze die Mauern aus näherer Entfernung angreifen. Diese Technik wurde noch lange Zeit als Parallelen bezeichnet. Am 24. Juni waren die Parallelen fertig. Am Tag des Johannes des Täufers wollte Ludwig XIV. eine Messe im Dom zu Maastricht feiern. Daraufhin befahl er einen Sturmangriff. Dieser wurde unter anderem von den königlichen Musketieren unter Charles D'Athecnen de Batz Castellmore geführt. Der Gegenangriff vertrieb die Franzosen von den Wellen. Lediglich 30 konnten sich bis zum Morgen halten, ehe sie sich ebenfalls zurückziehen mussten. Am nächsten Morgen führte James Kidd, Duke Hoffmann, die nächsten Angriffe auf die Stadt. Bei einem dieser Kämpfe wurde D'Athecnen tödlich verwundet. Da die Angriffe erfolglos waren, befahl Ludwig XIV. erneut den Beschuss der Festungswerke. Der Gouverneur der Stadt sah sich schließlich unter dem Druck der Bürger und der Soldaten gezwungen zu kapitulieren. Folgen Ludwig XIV. der ohne einen seiner bekannten Herrführer die Truppen anführte, verbuchte den Fall der Stadt als persönlichen Sieg. Was er dazu nutzte, sein Ansehen im eigenen Land weiter zu steigern, auf zahlreichen Bildnissen und Tapisserien wurde der Triumph verewigt. Nachdem er auch die Dauphin besetzt hatte und 1674 nach Versailles zurückkehrte, wurden große Festlichkeiten veranstaltet. Die Technik der Parallelen, die Vorbahn hier erstmals nutzte, wurde zum Standardverfahren bei der Belagerung von Festungen und blieb noch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. In den Niederlanden selbst waren die französischen Truppen weniger erfolgreich und mussten sich teilweise zurückziehen.